Form her, Platz 4 gegen Platz 1, aber wehen Wiesbaden kann sich anstrengen, wie sie wollen. Die kommen auch rein theoretisch nicht mehr an Heidenheim heran. Der erste FCH nun mittlerweile schon seit dem siebten Spieltag auf Platz 1 in der dritten Liga. Und jetzt geht ein Zisch durch die Stadt. Zisch, das steht für Zeitung in der Schule und ist gedacht für Nachwuchsjournalisten und solche, die es werden wollen. In Zusammenarbeit mit der Heidenheimer Zeitung, Zisch, das heißt auch Pressekonferenz mit der Schule. Und da wurde bei den Stars der Stadt knallhart nachgefragt. Waren Sie schon in der Tüste und wenn ja, wie oft? Ja, oft. Ich kann leider nicht mehr genau sagen, wie oft. Schon ziemlich oft. Bei mir sieht es nämlich genauso aus. Herr Heiße, was ist Ihr größter Traum? Ja, man träumt natürlich von der ersten Bundesliga. Aber es ist noch ein gutes Stück für mich selber. Natürlich jetzt erstmal der Aufstieg in die zweite Bundesliga und dann, was die Zukunft noch so bringt. Tja, ein Traum, wie die das gemacht haben. Das haben Sie nämlich nicht nur selbst erfragt, sondern auch selbst gedreht. Alle Bilder sind von den Schülern und selbst geschnitten. Und bei den Träumen der Spieler muss die Disco jetzt wohl erstmal noch ein bisschen warten. Vielleicht allerdings gar nicht mehr so lange, Philipp Hofmeister. Vielen Dank.